Schafft er es oder schafft er es nicht? Die Rede ist vom S&P 500, dem US-amerikanischen Leitindex. Im Aktienmarkt bleibt man oberhalb der 200-Tage-gleitenden Durchschnittslinie, bleibt man es nicht. Nun kommt noch die Woche der Notenbanken hinzu, große Berichtssaison, auch einiger großer Schwergewichte. Von daher, es wird viel Grund und Anlässe zur Diskussion geben und wir schauen uns eben zunächst den S&P 500 an. Sie sehen hier den Marktverlauf in dunkelblau, Sie sehen den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in orange und den 50-Tage-gleitenden Durchschnitt in grau. Und Sie sehen, wir tänzeln da so ein bisschen rum, mal haben wir drüber geschaut, dann sind wir wieder runtergefallen. Und je nachdem, ob Sie auf Schlusskurse oder auf Intraday-Kurse schauen, können Sie zu anderen Erkenntnissen kommen. Die Grundidee ist ziemlich simpel, bleibt der Markt oberhalb seiner 200-Tage-gleitenden Durchschnitte, dann bleibt man investiert im sogenannten wachstumsorientierten Asset, das ist dann eben der S&P 500-Feld. Der Markt unter diesen gleitenden Durchschnitt kann man das als Indikator nehmen, um seine Aktienquote zu reduzieren. Ob man sie voll reduziert oder um 25%, da gibt es verschiedene Ansätze und Ideen. Und tendenziell wartet man dann mit dem Kapital, was nicht im Aktienmarkt investiert ist, in Cash. Und da gibt es ja auch aktuell wieder Zinsen. Also das die großen Diskussionen, damit man das einordnen kann, wenn Sie das in der Presse lesen. Aber ist das überhaupt wichtig? Weil wir Investoren, so sagt es doch zumindest die Literatur und auch der Erfolg von passiven Buy-and-Hold-Anlagestrategien, wir denken doch alle in Dekaden. Was interessieren uns? 20% Verlust in einem Jahr. Uns geht es doch alle um die langfristige Entwicklung über 20, 30, 40 oder mehr Jahre. Und so sehen wir hier mal den Vergleich. Sie sehen den S&P 500, das sogenannte Buy-and-Hold-Portfolio. Da wird also nichts getan. In Rot, wir sehen den Moving-Average-Modell, wo man immer sagt, Moment, wenn der Markt unterhalb des 200-Tage-Gleitenden Durchschnittes schließt, dann wird Aktienmarkt komplett abgebaut und man geht entsprechend in Cash. Und Sie sehen langfristig, die Linien laufen lange parallel, aber es gibt eben Phasen, wie zum Beispiel hier dann entsprechend in den 80ern oder auch dann im Rahmen der Finanzkrise, wo wir dann doch eben auch mal Unterschiede haben. Natürlich auch bei Corona das Thema relevant. Also, ich glaube, es ist klar, die meisten Anleger denken nicht in 40 Jahreszeiträumen, sondern eher in 40 Zeiträumen von jeweils einem Jahr. Und das führt natürlich auch zu vielen prozüglichen Aktionen, die natürlich langfristig dafür sorgen, dass die wenigsten Anleger diese Rendite verdienen, die man in Büchern und sonstigen langfristigen Zeitreihen findet. Wir blicken nochmal ein bisschen genauer hin, weil am Ende des Tages ist ja dieses Thema, wann gehe ich aus dem Markt raus, welches Signal generiere ich, also auf Beispiel dieses 200-Tage-Gleitenden Durchschnittes. Da ist es natürlich interessant, wie sieht es denn aus, wenn es runter geht. Also man schaut sich mal nur die Rückgänge an und auch hier wiederum in blau dargestellt unser Portfolio, wo man eben auch aus dem Markt raus geht, wenn die 200-Tage-Linie durchbrochen wird von oben nach unten versus unserem reinen Buy-and-Hold-Portfolio auf Indexbasis, was hier ein ETF ist und da sehen Sie auch in vielen Fällen, das hat eigentlich auch mal dann ganz gut funktioniert. Wir sehen vor allem auch mal, naja, das Portfolio steigt, obwohl der Index quasi noch nach unten geht. Wir sehen andere Phasen, da hält es sich deutlich stabiler. Schauen Sie mal hier, da war das wirklich sehr positiv, auch in der Finanzkrise hat das gut funktioniert. In Corona hat das Thema gar nicht so gut funktioniert. Warum? Der Markt ging eben sehr schnell runter und sehr schnell wieder hoch. Also, was wir festhalten können, je nachdem wie der Pfadverlauf des zugrunde liegenden Marktes, in dem Beispiel der amerikanische Aktienmarkt sich darstellt, funktioniert es besser oder schlechter und das bedeutet natürlich auch, wenn Sie sich den Erfolg solcher Strategien betrachten, müssen Sie überlegen, Moment mal kurz, wie stark ist der Markt nach unten gegangen, wie lange war die Erholungsdauer, ist meine Erwartung an das zukünftige Marktverhalten wieder ähnlich zu der letzten Situation und wenn Sie das Ganze dann noch in einen volkswirtschaftlichen Kontext einbauen wollen, dann können Sie doch überlegen, Moment, wie war es denn in Phasen, wo die Inflation positiv überrascht hat, wie war es in Phasen, wo sie negativ überrascht hat, wie war es in Phasen, wo die Zinsen gestiegen sind, wie war es in Phasen, wo die Zinsen gefallen sind. Also Sie merken schon, Sie können hier verschiedene Regime definieren und schauen, wie hat das funktioniert und je nachdem, wie gut Sie suchen, werden Sie schon immer etwas finden, was die Meinung hier entsprechend darstellt, also sprich entweder bejaht oder eben verneint. Interessant aber, glaube ich, aus der strategischen Perspektive, wenn wir uns mal die Kalenderjahreskanditen anschauen, weil hier geht es auch mal um das unterschiedliche Verhalten und das sehen wir sehr gut, wenn wir mal hier entsprechend auch Marktphasen betrachten, dann sehen Sie 2022 hat es ganz gut funktioniert. Warum? Weil der Markt eben auch dann im Trend nach unten gelaufen ist. Im starken Jahr 2021 hat es keinen Unterschied gemacht. Im Jahr 2020 Corona hat man zwar den Verlust vielleicht ein bisschen reduziert, aber am Ende des Jahres weniger positive Renditen generiert. Und so sehen Sie schon, in unterschiedlichen Jahren haben Sie eben sehr unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt auch Jahre, wie Sie beispielsweise hier sehen, da hat die eigentlich defensivere Strategie mehr Verlust gemacht, als einfach investiert zu bleiben. Aber es gibt eben auch andere Jahre, schauen Sie mal hier hin, da waren Sie mit dem, ich gehe aus dem Markt raus, noch leicht positiv, während Sie am Aktienmarkt hier fast 40% verloren haben. Also das Interessante an diesem Thema ist, ich kann mir über Modelle, die auf Regeln basieren, ein anderes Fahrtverhalten in meine Portfoliokonstruktion hineinkaufen. Ich habe damit die Möglichkeit, in unterschiedlichen Marktregimen und unterschiedlichen Reaktionen der Märkte auf Marktdaten, Konjunkturdaten, Inflationsdaten und Zinsen einen besseren Risikoausgleich zu bekommen. Und dann, wenn ich das Ganze vielleicht in ein sinnvolles Multi-Strategie-Setup einbinde, wo ich vielleicht sage, ein Teil meiner Strategie ist Buy, Hold und Rebalancing. Ich versuche hier vielleicht nur Ineffizienzen in den Indizes zu vermeiden. Ein anderer Teil, da schaue ich auf Trends, ob jetzt ganz simpel wie hier dargestellt, oder ob vielleicht noch etwas mehr sophisticated, man geht auch short, oder man baut das Ganze über CTAs, also über Hedgefondsansätze mit irgendwo noch von fallenden Preisen zu partizipieren. Also grundsätzlich, es macht Sinn, sich mal damit zu beschäftigen, aber weniger damit ist der Markt jetzt gerade 0,5% drüber oder drunter, sondern eher, was kann ein unterschiedlicher Strategie-Mix für mein Portfolio tun, weil typischerweise Multi-Strategie ist deutlich besser als Multi-Manager. Also sprich, 8 Managern den gleichen Auftrag zu geben, das bringt im Portfolio-Kontext wenig. Also in diesem Sinne, ein kleiner Denkanstoß für die mittel- und langfristige Portfolio-Konstruktion. Ich darf Ihnen nur das Beste wünschen, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.